Ja, Leute, im nächsten Video geht es um dieses Spiel, man erkennt es nicht so richtig, Die Hard Vendetta. Ja, weil da hat mich schon mal jemand gefragt, besitzt du die Spiele auch wirklich? Ja, das ist der Beweis, ich habe es wirklich. Oder zockst du nur über Emulatoren? Ja, ihr seht, Die Hard Vendetta, ich werde versuchen, das mit gewissen Cheats zu zocken, weil ich kenne es, ich habe es damals durchgezockt und möchte es jetzt einfach mal zeigen. Also würde ich sagen, bis gleich. Ja, hallo, stillgestanden und herzlich willkommen zu Die Hard Vendetta für die Nintendo Gamecube. Ihr habt es im Video vorher gesehen, der Beweis, ich besitze das Spiel. Ich habe es hier nur emuliert mit dem Dolphin-Emulator und möchte jetzt den ersten Cheat ausprobieren. Das wird wahrscheinlich der Einzige, der mir noch im Kopf ist. Das war, äh, ja, bei der PlayStation 2, glaube ich, ähnlich. Moment, das war... Links rechts, links rechts, links rechts. Unverwundbar, ja, unten steht's, unverwundbar. Ich glaube, der wichtigste, der wichtigste Cheat in einem Spielagrafik-Audio. Sollte ich es vielleicht etwas leiser machen. Halt, halt, halt. Der Xbox One-Controller ist wieder sowas von schnell. Äh, Stereo... Wie ausvertauschend? Wieso? Was ist denn das für eine Option? Hm. Spieleeinstellung. Okay. Automatisch. Ja, ja. Ja, 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 ja. Es ist alles okay. Ich mag's. Ich fang jetzt einfach mal an. Neues Spiel. Was am coolsten ist, das ist natürlich die Stimme von Bruce Willis, ja. Unsere deutsche Synchro, wirklich geil, die deutschen Synchronsprecher. Was die so alles veranstaltet, ist jetzt wirklich Wahnsinn. Ja, ich hoffe, es funktioniert. Es funktioniert so, wie ich mir das vorstelle, denn, ja, der unverwundbar... Cheat ich... Oh nein, bitte. Kein Tutorial. Also, das möchte ich niemand antun. Guten Abend, John. Der Ausbilder wartet schon auf Sie. Oh mein Gott. Gehen Sie einfach durch die Türen hinter mir. Hä, wieso ist sie so dünn? Sie können eine Tür öffnen, indem Sie sich davor stellen und dann den Aktion kno... Äh, das ist schon klar. Wieso? Wie geht es Ihnen, John? Beginnen wir mit ein paar Zielübungen. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite dieser Tür. Wie... Äh, äh, wieso? Wie... Wann immer Sie... Wieso? Okay. Zuerst... Äh, ja, okay, kleiner Schritt nach vorne, denn ich hab vergessen, die, äh, diese C-Taste reinzustellen. Sie wollen bestimmt nicht da runter. Die Blades machen Chaos. Gehen Sie zu Fat Larrys Restaurant. Da soll es eine Schießerei geben. Auf dem Weg. Ah, ich weiß nur eins. Warum ist das alles so schmal? Warum sind die Leute so schmal? Ich hab... Niemand legt Sie mit Fat Larry an. Polizei, fallen lassen, sofort! Äh, ich bin der Besitzer! Ich bin Fat Larry! Ich hab seine Schulter getroffen, der kommt nicht weit. Warum überlassen Sie den Rest nicht einfach mir? Was machen Sie denn da? Los hinterher! Sie sind doch Polizist, oder? Wenn diese Typen Gangmitglieder sind, wo sind dann Ihre Logos? Klar, und Luden tragen Armeestiefel. Äh, wir haben Gesellschaft! Oh mein Gott, versteckt euch! Da ist McClane! Da kommen noch mehr davon! Oh Scheiße! Also der Unverwundbarkeits-Ship funktioniert! Such her! McClane! Schönst du und dienen, dass ich nicht lache! Hey, ruhig! Ja, aber halt die Klappe! Oh Scheiße, das ist dein Vater! Tommy, sei nicht ruhig! So alt ist mein Vater doch nicht! Hey Mann, es ist nichts passiert! Er schwimmt! Das ist so ein kleiner Gag, oder? Das ist dein Vater! Wo ist denn jetzt der Mut? Nicht mehr, komm! Runter mit der Kanone! Oh, warte! Tö, 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 tö! Ole, ole, ole! Nee, wir haben nichts abgeschlossen! Oh! Oh, nee, was ist denn das für eine Scheiße? Nicht abgeschlossen auf mich! Ja! Gehen Sie zur Bank! Sie fliegen zum... Was? Das Signal bricht weg? Los jetzt! Sie fliegen! Schneiden Sie uns den Ding ab! Wo ist denn jetzt der Mut? Nicht näher kommen! Und du bist Gott, Hupensohn! Nein! Nein, ey, jetzt reicht's mir's aber langsam! Oh, Leute! Mann, ich hab so die Schnauze voll von dem Spiel nicht abgeschlossen! Was wollt ihr mir erzählen? Sie wollen bestimmt nicht da runter! Die Polizei haben raus! Oh, was wollt ihr mir erzählen? Wollt ihr mir... Oh, soll ich irgendwie von hinten rankommen? Das Restaurant, da soll es eine Schießerei geben! Auf dem Weg! Der Park! Niemand legt sich mit Fat Larry an! Warum ist es jetzt so langsam? Polizei! Fallen lassen sofort! Ich bin der Besitzer! Ich bin Fat Larry! Fat Larry, ja, ich weiß, ich hab's schon begriffen! Und soll ich irgendwie von hinten kommen, dass ich die Geisel retten kann? Oder was? Oder wie? Ich weiß es nicht mehr! Das ist schon so viele Jahre her, verdammte Angst! Ich bin doch Polizist, oder? Ich will erst ein paar Sachen überprüfen! Oh, ich hab die Schnauze voll von euch! Ja? Gehen Sie zur Bank! Sie fliehen zum... Was? Das Signal brichst du weg? Hey Mann, was zur Hölle wollen denn Sie? Ja, Entschuldigung! Äh, äh, vorhin war ich noch dein Vater! Hm! Ich glaub, wenn ich's jetzt nicht schaff, dann hör' ich auf! Dann lass' ich's gut gehen! Nicht näher kommen! Runter mit der Kanone! Ah! Warum guck ich das jetzt? Los, nichts wie raus hier! Keine Sorge, ich geh' ja schon! Sofort! Oh Gott, ich hab's geschafft, Leute! Ich hab's geschafft, das gibt's ja nicht! Alles okay! Es ist vorbei! Die Blutspur sollte dich direkt zu ihm führen, Schau! Ich hab' alles getan, was sie von mir wollten! Der Hammer! Oh! Nachladen hat trotzdem, trotzdem in Stärktheit geschieht, hasse ich nachladen! In jedem Shooter hasse ich das! Oh ne, Ende! Meine Scheiße! Hier hatte jemand seinen Spaß! Meine Scheiße! Oh, was ist das für'n Ausdruck? Meine Scheiße! Ja, ach du Scheiße! Äh, gibt's hier was, was ich mitnehmen muss? Äh, nein! Schieb, 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 schieb! Sieht nicht so aus, als ob's hier irgendwas Wichtiges gäbe! Ja, ich will zumindest das Level hier überenten! Zumindest das will ich machen! What the fuck! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ja, ich muss nur wieder zu Atem kommen! Äh, leider! Sind's hier ok? Ja, ich muss nur wieder zu Atem kommen! Tief durchatmen, dann geht's Ihnen besser! Oh, mir juckt's auch nicht! Irgendwas juckt! Irgendwas juckt! Irgendwas juckt! Irgendwas juckt! Sock! Keine Ahnung! Bei mir ist das so nimmst du! Äh, ja! Alle ok? Ich glaube, den Mann hier wurde ins Bein geschossen! Ihr, McLean, ich brauche einen Krankenwagen bei der Bank! Sie waren nicht sehr organisiert? Sie waren nicht sehr organisiert! Da, ebenso! Mir reicht's! Mir reicht's! Das ist so urban! Okay, für mein kleines Angespielt und gezeigt, dass ich nicht nur auf Emulatoren zocke, sondern die Spiele auch wirklich besitze! Habe ich's bewiesen mit diesem Video! Ja, mein Beweis ist da! Damit verabschiede ich mich! Ich hoffe, ich hatte auch Spaß! Etwas Spaß! Ich weiß, es ist jetzt nicht so! Also, ich wollte ja auch kein Let's Play draus machen! In jedem Fall mag ich das Spiel trotzdem! Auch wenn's dann am Ende etwas langsam wurde von den Gesprächen! Aber das liegt bestimmt an der Emulation! Aber da kann man noch einstellen, denke ich! Und, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören! Bis zum nächsten! Einfach so nur Gameplay gemacht! Und so und so weiter und so fort! Ich bin dann mal weg! Vielen Dank und tschau! Bis zum nächsten Mal!